Zwei Sekunden ist schon eine relativ lange Zeit in einem Kampf, muss ich sagen. Da kann man ja einige Hitze landen, vor allem, wenn man Börsecker drauf hat. Cool. Ich überlege gerade, wo waren denn noch mehr von diesen leuchtenden Eiern? Oder Bären? Das waren ja Bären. Bären waren das. Ähm. Ich weiß es nicht. Ganz hofft, ich weiß es nicht. Ähm. Hier oben vielleicht. Warum ist da noch ein Pfeil? Habe ich da irgendwas übersehen? Soll ich den Gegner vielleicht... Oh. Oh. Oh man, das sind... Oh, das sind viele. Oh, oh, oh. Nein, das lade ich. Das sind zu viele für mein Geschwann. Entschuldigt. Die Versuchung. Splashart. Lassen des Wortes. Kauly mauli. Ähm. Ich werde mich nicht mit dem anlehnen. Das ist eine ganz blöde Idee. Der ratzt mich doch einfach nur um. So, mein Leben, wir haben eine gute Regeneration mittlerweile. Drei pro Sekunde durch das, ähm. Baconwheat-Band. Würde ich es jetzt einfach mal spontan nennen. okay das ding ist für den nahe kampfen und wirftet also nicht das heißt es ist aber nicht schlimm weil ich erinnere und zwei sekunden ist schon mal eine zeit wie ein davon kann ich also da ist noch eine 16 da fehlt noch einiges mal immer zwei raus wenn das hier 18 20 noch ein paar davon das wäre da oben das wäre super wenn ich schon mal da bin kann ja alle mitnehmen du kleiner sagt gerade wenn wir aufhören die ganze damit so schließen hat finde ich nicht gut ich mag sie oder gefecht das war ja zu stehen bekommen wir können taten kommen mhm Furniture? Frankl Ahhhh Blitzableiter Jetzt kapiere ich das, sorry Ähm, geil Der ist ein Trinket ist doch gut Tartl Ähm Pets Du kommst bitte da hin Ähm Ja Das ist für die Tartels Damit mache ich die größer Okay Hm Wollen wir noch Tartel Tang Einige Die werde ich noch machen Die Tartel Tang So Aber da war der falsche So, ich hab noch ein bisschen Zeit dafür Das heißt Tracken Den Tag Setzen nochmal die Nacht ein Ist ja gerade morgens Ähm Ähm Der kleine unten Wo haben wir da noch so'n Hier haben wir noch so'n Naja, hier unten ist das besser Ist weg Da heißt da könnten mehr sein Würde ich jetzt tippen Einfach So, wollen wir die Tartels Die Bären Die Bären sind ja auch immer in der Nähe davon Ich brauche Ähm Einiges Einiges, einiges, einiges Falsche Richtung Falsche Richtung So Hier oben sollte es sein Die Fette Glatterfly Außen weg Mit der möchte ich mich nämlich nicht anlegen Um ehrlich zu sein Noch nicht Noch nicht Noch nicht Noch nicht Vielleicht wenn ich einen Timer auf habe oder not Aber Nein Nicht jetzt Das ist mir Zu gefährlich Ist nix Scheiße Sieht besser aus Sie sind ja nur diesen Teergruben Ah, haben wir doch Super Ich war aber noch eine Seele von den Tater Das heißt, ich muss ein Äh Dickes Ähm Verstärktes Viech von denen noch Umnieten oder nicht So war das Und hier sind die Bären einsamer, ne Da brauche ich noch einige von Die Viecher sind voll aggressiv Die Viecher sind voll aggressiv Das ist ein Falsch bei denen Mein Geschmack zu aggressiv Aber Als Haustier Wenn es so aggressiv ist Und dann alle sind in der Nähe Umliegt Weil ich sage was Diese geschossen machen Echt viel Schaden Ah Ich hab dir da unten ist äh Gefärbt Das heißt Das ist ein Special Ein extra starker Den ich Nicht Nach dem weg nach dem weg für EI EI E I EI 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 Nein Bes hardships Ich habe keine Zeit verdammte kacke verflucht er diese aber knapp habe ich nicht ich muss jetzt die kleine weg haben jetzt kommen die mir noch eine quere im kampf und möchte ja wenn die quer kommen dann wer hat eigentlich heidelwitz gefunden und wer ist der typ eigentlich vor allem nicht gerade ich kannte mal so ein spruch mit heidelwitz kann ja in unserer musik schon damals ich bin ja der musik nicht ganz abgetan heute noch niemand da möchte ich da gehe ich nicht an das totesfalle da komme ich hier war eine wilde tarte erscheinen in ihrer tat ist heim und relativ der menschen zu spät in space hat er ist einfach geil sorry ich habe hier nicht rein aber es ist mal blut blatt ja mit dem möchte ich eh nicht befreundet sein der sie böse aus und darum prügelt meint sich ja mit dem lege ich mich nicht an der sieht nicht gerade sehr freundlich aus deshalb entschuldige bitte meine abweisende art hier gegenüber du heißt wenn du schon blut im namen hast dann spuckt auch blut und das ist infiziert und ich möchte nicht alleine die essenzen habe ich schon mal ja auch nicht alle taten zungen die ich brauche das heißt wenn ich meine taten gleich habe ich direkt erst mal vergrößern im beginnen kann ich nicht hin da sind scheiße kann man den knorren an auch holen super wow ich bin fast zwei stunden am stück aufgenommen ich hoffe dass beim aussehen raus habe meine aufnahme nicht gecrasht weil sonst wäre das peinlich mehr als peinlich aber ich denke nicht so zungen habe ich jetzt sechs gut wenn man nach hause dann kann ich da die restlichen der dinger abfahren meine taten und hatte ist ausgewachsen die war trinket da muss man ja ausrüsten name m taten die nenne ich sich stellen spooks mit den an wenn ich klumpen 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 was produzierst du Zeug Komm mit daten So erst mal bitte nacht Schlafenszeit für uns Also fast zwei stunden dadurch aufgenommen mit einem fucking geilen spiel muss ich immer noch sagen ich liebe dieses spiel einfach dafür was es ist Bacon-Weed Fee Ja, das ist mal wieder ein empfang hier ich merke schon Ich bin anscheinend kein gern gesehener gast Holy Brenner wohnen ist Schmerzhaft scheint Wenn du so stationäre gegner hast Das macht zwar jetzt nicht viel schon auf einmal Aber auf dauer natürlich ziemlich stark muss man sagen Alle wollen wir werden das fischens angegriffen Also Zähne Zähne interessante dingen habe ich gebaut ist aber nie meins sorry so oder links oben ist noch so bereich anscheinend wo die taten sind und ich vielleicht mit ein bisschen glück dass mir sogar holde ist wie es scheint nämlich diese dinge erfahren kann wären die neid gratis die dinge haben heute noch